Chinesische Truppen verlegen nach Russland. Russland ist durchaus in der Lage, sein Territorium selber zu schützen. Man ist sogar in der Lage, anderen Ländern militärische Hilfe zu leisten. Somit werden die angekündigten chinesischen Truppen nicht zum Schutz des russischen Territoriums benötigt. Angekündigt sind 1600 chinesische Militärs mit 300 Arten verschiedenster Militärtechnik und 30 Flugzeugen und Hubschraubern. Sie sollen an der strategischen Übung Zentrum 2019 teilnehmen. Die Durchführung gemeinsamer Manöver ist auf die Festigung der Zusammenarbeit beider Länder im militärischen Bereich gerichtet und beeinflusst keinen Interessen Dritter, so verladet aus dem russischen Verteidigungsministerium. Auch die Flugzeuge, die am Manöver teilnehmen, werden sich nur im russischen Luftraum bewegen, wird abschließend kommentiert.